Die Kultisten taufen immer Leute unten an der Sakristei. Ertränken trifft's wohl eher. Wir wollten sie ausschalten, wurden aber erwischt. Jetzt hat der Kult meine Leute geschnappt. Es sind zu viele. Mit denen werde ich nicht fertig. Rette sie vor der Sekte. Dann bring sie zu einem Waffenversteck, das ich am Fluss angelegt habe. Das ist ein Waffenversteck. Das ist ein Waffenversteck. Wie dem verlorenen Sohn wird dir der Vater noch vergeben. Vielleicht lassen sie uns laufen. Jetzt lassen sie doch! Das hier ist ein Waffenversteck. Die 337-Werléstchen! Die 338- Amen. 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 Wofür hab ich das verdient? Nunzlose nach. Fluchtversuchen setz ich gleich ein Ende. Wir sollten sie alle umlegen. Hey, ich hab mich nicht zum Baby-Shift angemeldet. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Mein Vater! Niemand trotzt Ihnen's Geld! Findet raus, was da passiert ist! Ich hab eben jemanden in den Gebäude gesehen! Niemand zu sehen, aber Sie sind definitiv da! Wie bin ich nur hier gelandet? Wir müssen Sie schnell finden! Hier ist nichts von Ihnen zu sehen! Lasst Sie leben, bis wir Sie nicht mehr brauchen! Dieser Tag ist echt das Letzte! Nach Ihrer Rettung werden Sie sich bedanken! Sie haben das verdient! Wie bin ich nur hier gelandet? Hier wird bestimmt sowieso nie mehr vermitten! Die Sekte lässt niemanden mehr gehen! Diese Tag ist echt das Letzte! Bitte tu doch! Mein Leben lief von meinen Augen ab! Lass nicht zu, dass Sie mir... Danke, dass du mich gehettet hast! Danke, wenn du mich hier lässt! Bitte erzähl keinem, dass ich so überrunkelt wurde! Das ist sowieso ein bisschen Dampf ablassen! Das ist sowieso ein bisschen Dampf ablassen! Das ist sowieso ein bisschen Dampf ablassen! Alles in den Steigen braucht! που da rauskommt! Pasta! Passt mal auf! Vielleicht nicht zu lijden! Was hast du hier eine bestimmte Operation? Ich muss noch durch spielen! Bis dann alles im optimizeigen Gánh und die Blast verbleiben! An lon covid! Was ist das? Ich hab noch alle wichtigen Teile. Auf mehr kommt's nicht an. Knallt den Bär ab! Drill Stenson.